Hallöchen und herzlich willkommen zu dem Audiotest, den ich euch seit geraumer Zeit mal versprochen habe, nach dem Unboxing von meinem Mikro- oder Mikrofonständer, den ich mittlerweile gewechselt habe, weil ich einen besseren gefunden habe, der ein bisschen flexibler ist. Ja, so hört sich das Mikro an. Ich hoffe, es gefällt euch das Mikro so, wie es sich anhört. Es ist eine Kaufempfehlung meinerseits. Ich werde nicht bezahlt von M-Audio für das Sagen, ja, das ist gut das Mikro, das ist meine Erfahrung, das hatte ich jetzt gestreamt, aber in der Zeit. Und ja, ich hoffe, der Audiotest überzeugt euch. Wenn ihr anfangen wollt, das Mikro ist der Hammer und es ist recht günstig. Also bei mir in Schweizer Franken als für die Schweizer Zuschauer, die ich habe. Das Ding kostet 100 Schweizer Franken. In Euro weiß ich es nicht, 90, 80 Euro. Vielleicht etwa in dem Ding rum. Und ja, der Stand, das Standfuß hat mir etwa 50 gekostet, wird bei euch etwa 40 bis 30 kosten. Ich denke, so einen guten Standfuß für 30 ist ja ganz in Ordnung. Und ja, wenn ihr das Ding holen wollt, ich empfehle es euch. Ihr hört es ja, die Qualität ist super genial. Auch mittlerweile kann ich per Greenscreen aufnehmen. Sehr guter Greenscreen. Danke der OBS. Danke euch Jungs, die das Ding programmiert haben von der OBS. Und ja, ihr hört es der Audiotest gewesen und dann sieht man sich beim nächsten Unboxing. Ciao.